Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix Kommt gut, finde ich. Also könnte was werden, die Nummer. Mit Groove dabei und so. Spielen erst noch ein Stück von uns? Naja, dann spielen wir jetzt die Nummer hin. Naja, hinterher wird dort gefilmt. Wir spielen noch eine ältere Nummer für euch. Die haben wir, glaube ich, das letzte Jahr auch gespielt. Aber die spielen wir eh immer anders. Deswegen können wir die jeden Tag spielen. Die Nummer heißt The Bridge. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, noch eine Runde machen, alle singen mit, ihr könnt die Nachbarn kontrollieren. Jetzt hören wir zusammen auf. So, noch eine Runde machen, alle singen mit, ihr könnt die Nachbarn sehen, ihr könnt die Nachbarn sehen. Sehr schön mitgesucht, vielen Dank.